Diese hier angebotene Zwei-Zimmer-Mietwohnung ist ab dem 1. April 2014 bezugsfrei. Die neue Terrassenwohnung befindet sich in Schwerin. Die Wohnung wurde 2013 erbaut und wird über eine Zentralheizung beheizt. Die Immobilie wurde stufenlos zugänglich gebaut. Das Objekt verfügt über ein Schlafzimmer, ein Badezimmer und eine Einbauküche. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Die Terrassenwohnung umfasst eine Wohnfläche von ca. 86 Quadratmetern. Die Gesamtmiete dieser Terrassenwohnung beläuft sich auf 920 Euro. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017. Untertitelung des ZDF für funk, 2017.